Unmöglich zack Spiel auf einem zacken Platz gegen eine starke Mannschaft, also der Weltenplatz spiegelt sicher nicht das wider, wie gut sie sein. Wir sind in der ersten Halbzeit relativ gut reingestacht, ich denke gleich, wenn es dort ist, schießen. Bis zuvor in der ersten Halbzeit, logisch müssen wir das zweite und vielleicht das dritte schon in der ersten Halbzeit zu machen, aber es war alles ein bisschen ruhiger. Ich sage mal, allein mit einem Vorsprung in die Halbzeitpause. Zum Glück macht man in der zweiten Halbzeit den Volta Ball zu 2-0, 2-0 noch und dann ist das Spiel nicht leicht geworden, aber dann war es mal beruhigt. Trotzdem im Skiern gewesen, noch ein bisschen auf der letzten Zeit wieder genufen und starten gekannt und noch gewonnen und sei es wichtig schon, weil die Mannschaft schon im Skiern steht. Ja, drei Punkte, mit drei Punkten fahren wir nach Hause. Erfolgreiche Woche wieder angeschlossen, am Dienstag geht es weiter und am nächsten Sonntag hoffentlich wieder mit dem nötigen Biss und mit der richtigen Einstellung, dass wir wieder auch das mitnehmen, was wir uns verdienen und zahlen hoffentlich seine drei Punkte.